Hallo, mein Name ist Jonas. Ich bin in der Jagdanschule 2 am Wirtschaftsgymnasium der Johann Philipp Brunner Schule in Wiesloch. Ich bin Julia und mache den internationalen Zug am WGI. In den folgenden zwei Minuten erzählen wir euch die wichtigsten Infos über das WG in Wiesloch. Um an das Wirtschaftsgymnasium zu kommen, brauchst du einen mittleren Bildungsabschluss mit einem Notendurchschnitt von 3,0 oder besser in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe. Ebenso kannst du mit einem Versetzungszeugnis nach der 9. oder 10. Klasse von einem Gymnasium auf das WG wechseln. Das Wirtschaftsgymnasium dauert insgesamt drei Jahre. Nach den Prüfungen hast du dann die allgemeine Hochschulreife, sprich das Abitur. An der Brunner Schule hast du die Möglichkeit, das Profil Wirtschaft zu wählen, also WGW, so wie ich. Oder das Profil Internationale Wirtschaft, also WGI, so wie ich. Hier hast du sechs Stunden IVBL, vier davon auf Deutsch, zwei davon auf Englisch. Zusätzlich hast du noch die Fächer Global Studies und ökonomische Studien. Am Ende erhältst du dann ein internationales Abitur. Mein persönliches Highlight am WG in Wiesloch waren die K-Tage. K-Tage bedeutet Kennenlernen, Kommunikation und Kompetenzen. Hierbei fährt man mit der ganzen Stufe eine Woche lang in die Pfalz nach Bad Dürkheim und lernt die Stufe, die Lehrer sowie die anstehenden Themen in den Hauptfächer besser kennen. Ebenso ein weiteres Highlight ist unser eigenes Fitnessstudio an unserer Schule. Hier kann man nach der Schule kostenlos trainieren und einfach abhängen. Eine coole Besonderheit, welche die Brunner Schule für mich besonders attraktiv macht, sind die Austauschprogramme in allen Fremdsprachen. Hierdurch könnt ihr neue Freundschaften knüpfen, weltweite Kulturen kennenlernen und neue Erfahrungen sammeln. Außerdem gibt es noch eine Studienfahrt in der Jahrgangsstufe. Mit dem Abitur kannst du an jeder Uni, Hochschule oder dualen Hochschule studieren. Ebenso bist du bestens für eine Ausbildung vorbereitet, insbesondere für eine Kaufmännische und nach Vollendung des WGs kannst du sie in fast allen Betrieben verkürzen. Wenn ich also das WG auf der Brunner Schule anspricht, dann kommt zu uns. Weitere Informationen gibt es auf brunner-schule.de. Anmeldungen sind bis zum 1. März über das BWU-Verfahren möglich. Deshalb setzt du uns auf die erste Priorität. Denn wir sind mehr als nur Schule. Flachschule. Vielen Dank.